Morgens früh hat acht, steht Pia auf, wenn die Sonne lacht. Morgens früh um neun kann sie sich schon auf die Pause freuen. Mittags zwischen eins und zwei ist die Schule endlich aus und Pia stürmt nach Haus. Und nachmittags ab vier, da lernt sie hier ganz oft mit dir. Und was lernen wir heute? Kannst du es schon erraten? Wir lernen heute eine besondere Rechtschreibung von Zeitangaben mit Uhrzeit. Dann kannst du diesen kleinen Reim auch selbst schreiben. Wir haben bereits gelernt, was eine Zeitangabe ist. Das ist das Satzglied, das angibt wann oder seit wann oder bis wann oder wie lange. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.